Hallo meine Wasserratten und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Bad Wars mit der netten Julia, die einfach mal meint, man muss meine tot springen, weil wenn ich sie, wer dann? Und hallo. So. Och ne, wir sind wieder so nah bei Gegnern. Das ist schon wieder ziemlich unsympathisch, aber gut. Ah ja, das kann man auch mal machen, man muss es aber nicht machen. Ich mach gerade eine Scheiße schon wieder. Das ist unglaublich. Zap, 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 zap. Ah, ich hab keine Blöcke mehr. Das ist durchaus doof. Julia, I hope nix bliegt. Was machst du? Ich hab nix Block, nix Block. Ja, was soll ich tun? Ja, weiterbauen, weiterbauen. Ja, ich hab auch keine Blöcke. Holy shit, holy macaroni. Der dümmste Versuch ever klappt. Wo, dann gehen wir mal da rein hier, zu den Gegnern. Oh, wow, hat... Der hat schon ein Schwert. What the hell? Der hat ein Schwert, der hat ein Schwert. Wow, schreck mich. Olaf Gangster ist das. Der Olaf vernascht uns jetzt. Hau ihn runter, hau ihn runter. Ja, ich versuch's. Aber der hat keinen Knockback. Warum hat er keinen Knockback? Keine Ahnung. Fliegt einfach nicht zurück. Ja, was tut der? Er probiert einzukaufen. Wir müssen ihn totschlagen, totschlagen, totschlagen. Tot. Ja, war doch einfach. Ja, sehr einfach. Ja. Die rüstet sich halt jetzt voll aus. Das ist halt ziemlich doof. Ja, ich hab aber nix zum Abbauen. Achtung, Olaf kommt. Ich weiß. Hä? Ja, der fliegt einfach wieder an der zurück. Guckt euch die Scheiße an. Das ist so behindert. Echt? Der, der, der... Ja, der läuft einfach durch. Oh Gott, war das knapp. Ja, aber das macht doch viel Spaß. So macht es echt keinen Spaß. Der Olaf geht mir auf die Nerven. Der fliegt einfach nicht runter. Ja, ist froh. So, steht mal jetzt. Jo, das war ziemlich clever. Ja, spring in den Tod, Chili, spring in den Tod. Das kann man auch mal machen. Muss nicht sein. Alter, der schmeißt mich zurück, aber ich ihn... Ja. Ja, genau. Der nervt. Er ist auch ziemlich pümmelig von ihm. Er ist auch ziemlich pümmelig von ihm. Man ist immer nötig, hat zu hacken. Besonders? Wo ist denn der Jepit? Da drunter. Aber ich hab keine Spitzhacke. Alter. So, rüttle. Spitzhacke, warte kurz, warte kurz, warte kurz. Ich hab gerade auch eine. Hm? Ich hab auch eine. Ja, aber warte, 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 warte. Nein, ich geh rüber. Warte doch kurz, ich hab doch ein Schwert. Hm, okidoki. Ernhafter Kill. Der ist ausgerüstet, der eine. Ich hab zu dir gesagt, warte. Nein. Jetzt, hau ab. So, Olaf, oh, Olaf geht zu uns. Ja. Ich hab mich runtergeschmissen. Hoffentlich bin ich schneller. Bitte, 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 bitte. Komm nicht drauf, na toll. Er rät weg, er rät weg, er rät weg. Du hast es nicht verdient zu leben. So, super, jetzt geht's weiter. Also, jetzt habt ihr auch mal gesehen, wie man fünf Minuten lang dumm runterspringen kann, indem man einfach nur dumm nervös ist und wie man hackt. Das ist einfach geil. Ich hasse so Lappen. Ich hasse sie echt. Das ist so unnötig. Alle anderen sind schon längst in der Mitte, ja. Und wir kommen jetzt hier daher, wie so dumm Spastis. Ist halt so. Aber jetzt sind wenigstens die Toten und haben nicht gewonnen. Trotz Hack. Ich weiß nicht, ob ich gerade richtig, äh, ich hab schon wieder keine Blöcke mehr. Ich hab 16, ich baue weiter. Ja, mit 16 kommen wir aber auch nicht weit. Ja, aber du kannst in der Zwischenzeit welche holen. Ja, ja, ich laufe, ich laufe, ich laufe. Oh, da haben wir wieder welche zu uns. Ich schmeiß dir hier die Blöcke hin. Hey, das Eis hätte es da lassen können. War nur drei Stück. War nur drei Stück, ja. So, da kommt schon noch eine Hose. Toll. Was? Ein Schuss mit dem Bogen. Ja, Weltklasse. Das ist doch Weltklasse. Kannst du kurz mal gucken, ob da jemand kommt, bitte? Ähm, derweil nicht. Brauche ich überhaupt richtig, oder zu weit weg? Ähm, wenn du zu dem Lila nennen willst, oder was das ist, dann warst du richtig hinter dir jetzt dann. Oder vor dir. Und da schießt er mit Pfeilenbogen. Ach, ach, das gibt's doch nicht. Ich bin runtergefallen. Ja, ich auch. Nein. Achso, ja, ich bin runtergefallen. Das ist so unnötig. Ich will zu einem anderen Gegner rüber und er vernichtet mich einfach. Das ist so pimmelig, du Dipp. Entschuldigung. Aber es ist pimmelig. Ja. Es ist einfach pimmelig. Es ist einfach pimmelig. Das ist so vollkommen unnötig. Er schießt wieder. Ja, aber was erhofft er sich davon, wenn er uns runter schießt? Keine Ahnung, ich geh wieder zurück. Boah. Hat dich getroffen, ja? Ja, und ich bin jetzt unten bei uns am Glasrand. Uiuiui. Guck mal. Du wolltest es wissen, hä? So. Wir probieren es einfach nochmal. Ja, die sollen doch einfach mal abhauen aus der Mitte. Echt. Das ist so hart unnötig. Du bist so ein Mongo. Das ist unglaublich. So. Hoffentlich ist er jetzt mal raus. Ach. Gelb ist gestorben. Einer. Ah. Okay. Oh. Was für ein Doppelbiss. Rot. Äh. Ich guck. Ich krieg Gold. Ich krieg wahrscheinlich Gold. Ja. Ich hab Gold. Zwei. In der Mitte. Drei. Warum sagst du nichts? Uiuiuiui. Warum? Oh. Ich fang schon wieder hart an zu zittern. Ich hasse es. Warum? Gehst du jetzt zu einem anderen Team? Ja. Da ist nämlich ganz viel Eis ein. Starte ich mich nämlich hier mal aus. Mach das Bett kaputt. Ich glaub die sind nämlich teleportiert. Ah. Okay. 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 Mach ich. Mach ich. Mach ich. Komm zu dir rüber. Jo. So. Schon weg. Hast du das? Was? Ja. Ah. Okay. 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 So. He 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 he. Doch. Alter. Ich bin grad so hart verwirrt schon wieder. Guck mal. Hier hab ich noch drei Silber. Eins. Eins. Zwei. 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 Jetzt brauch ich noch was zu essen. Alter. Jetzt rocken wir's aber hier. Oder? Hoffentlich. Oder auch nicht. So. Wer lebt noch? Es lebt noch gelb. Es lebt noch lila. Und es leben wir. Wir haben sogar noch unser Bett. Ja. Ich würde sagen wir müssen jetzt dann zu gelb. Oder? Ja. Würde ich auch sagen. Das Problem ist. Wir brauchen unbedingt noch ein paar Eisen. Ja. Ich hab vier. Gut. Ich auch. Und dann können wir ja so eine. Oh Gott. Gelb schießt rüber. Ja. Ich weiß. Hast du eins Maragd? Ich hab eins Maragd. Ja. Okay. Dann teleportieren wir uns zu gelb. Oder? Ja. 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 Aber wohl erst mal so. Inster Brücke. Da hab ich. Da kommt gelb. Da kommt gelb. Ja. Gehen wir doch zu lila. Hinten zum Teleporter. Ja. Aber warte. Vielleicht kriegen wir den noch runter. Ja. Dann ist es erst wieder zurück in der Base. Dann portet du dich doch mal rüber. Ja. Jetzt war ich grad so doof bin ihn zu treffen. Ah die sind so doof. Die denken das ist unser Bett. Gelb. Der Bett ist tot. Nice. Nice. Mist ich hab ihn zu früh getötet. Ich hab gern mal. Ach du und der Spawn gleich. Der ist in der Mitte. Hä? Ja aber der Spawn gleich noch bei dir. Meinst du? Der ist doch tot. Der ist doch grad gestorben. Der hat kein Bett mehr. Von gelb. Achso. Ja der steht in der Mitte. Kommst du in die Mitte? Ja. Ich lenk ihn so lang ab. Ja renn einfach. Rennen wir beide. Na ich bin tot. Nein. Echt? Ja unser Bett steht ja noch. Ah gut gut gut. Nice nice nice. Oh er hat mich getroffen. Das heißt gelb ist noch da und lila ist noch da. Wo ist die da? Gelb und lila und lila weiß keiner wo sie sind. Oh Gott. Bin schon wieder angespannt. Oh. Da hab ich ihn getroffen. Ja frag mich mal wie angespannt ich bin. Nein. 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 Dumm. 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 Ja toll. Dann bin ich jetzt auch gleich down. Ja ich bin down. Toi. Stirb. Ach man. Mann. Bist du auch tot? Ja. Ja. Vom Titel wurden wir anschlagen. Wo ist Lina jetzt hergekommen? Ja du hast den Teleporter. Ach. Du hast den Teleporter. Mann. Oh Gott. Bad Game. Bad Game. Was ist mit dir? Ja. Er ist einfach nur dumm. Gammelt in der Mitte rum und schreibt Bad Game. Ich wollt grad sagen. Gammelt die ganze Zeit nur in der Mitte rum und schreibt Bad Game. Hat der überhaupt irgendwas gerissen der Typ? Ich glaub nicht. Vogel der Nacht. Wir sind so richtig aggressiv wir zwei gell. Merkt man voll. Oh Mann. Voll gereizt. Guck mal. Bad Game. Aber die ganze Zeit aus der Mitte. Und Bow Spam. Ja. Bad Game. Tempo oder was? Ach ja. Aber gut. Wenn es euch gefallen hat, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Peace.